Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und heute geht es heiß her. Denn wir gucken uns die meiner Meinung nach beste Infernoid-Version an, die ihr momentan spielen könnt. Und weil wir uns das angucken wollen und nicht drüber labern will, würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein. Los geht's! So, wir beginnen auf jeden Fall mit einer der besten Karten des Decks, natürlich mit Infernoid und Nunku. Und ganz kurz, erstmal, es ist ja ein bisschen kontrovers, dass ich die auf drei spiele, kann ich auch verstehen. Aber glaubt mir, es gibt da eine Logik hinter. Und dann noch eine Sache zu dem Namen. Ich kriege häufiger die Kommentare, es heißt nicht Infernoid, es heißt Infernoid. Leute, es ergibt keinen Sinn. Infernoid auf Englisch, ja, zu 100%. Es heißt auf Englisch Infernoid und Nunku. Aber auf Deutsch, und ich habe mir das einfach angewöhnt, das liegt nicht daran, dass mir wichtig ist, das auf Deutsch auszusprechen. Aber Infernoid ist eine Mischung aus Inferno und Humanoid. Und Humanoid ist die Betonung genauso. Und deswegen, weil man einfach nur das Human durch Inferno austauscht, ist es Infernoid und nicht Infernoid. So, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. So, aber jetzt geht's weiter. Also, ich werde jetzt nicht so lange über die Effekte reden. Das habe ich im letzten Deck-Profeil schon gemacht und auch in meinem Infernoid-Video, wo ich generell über die Karten spreche. Deswegen unser Dark Hole und Spell Trap Negator auf 3, weil wir oft in der Kombo schon welche davon auf den Grave senden uns. Und ich will immer genug Futter für leeren Festmahl haben. Und mehr hat es noch nie geschadet. Und wir spielen in 60 Karten, das heißt, die Brick-Wahrscheinlichkeit ist eh viel geringer. Ja, so, genau aus dem gleichen Grund spielen wir auch 3x Deviati. Er ist halt unser schwerer Sturm und Monster Negate. Genau wie Ununko nicht, once per Turn. Unfassbar mächtige Karte und auch deswegen ihn auf 3. So, und dann spielen wir einen Atonville und einen Seitzemers. Auch da, die beiden Karten sind richtig, richtig nice. Aber die brauchen wir tatsächlich nur einmal, weil wir die easy auf den Friedhof senden können und dann Zugriff auf die haben. Richtig entspannt. Und dann Sietze würde ich euch sehr empfehlen, auf 2 zu spielen, wegen leeren Festmahl, weil das bitterste ist. Echt, wenn man einen davon zieht und leeren Festmahl dann, ja, eine Negation weniger bringt, was halt echt schade ist. Deswegen den auf 2, auch wenn er von seinen Effekten nicht so mega gut ist, kann ich euch trotzdem sehr empfehlen. Dann haben wir einmal Piatti. Einfach nur, weil er ein Name ist, von den Effekten ist er okay. Aber wir können ihn halt for free rufen in vielen Fällen und so. Ähm, und wir wollen halt alle Infernoid-Namen spielen. Ähm, aber die hier sind auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Ähm, Patruela, Hamadik und Antra. Ähm, kann das Spell Traps zerstören, kann Monster zerstören, kann offene Karten zurückgeben. Und er hier, Pirmais, kann verdeckte Karten ins Deck zurück mischen und man kann die nicht daran anketten. Also auch richtig nice. Aber jetzt kommen wir natürlich zur besten Karte des Decks und zwar Infernoid, Dekatron. Ja, Dekatron ist einfach so eine unfassbar gute Karte. Er kann alle Infernoide, die wir gerade gesehen haben, kopieren. Was ihn halt so mächtig macht, er ist nicht once per turn. Wir können ihn ohne Restrictions einfach rufen, als Normal- oder Spezialbeschwörung. Also, er hat keinen Effekt, der ihn beschwört, aber wir können ihn mit anderen Karten und Spezialbeschwörungen beschwören. Unfassbar gute Karte, muss man nicht viel zu sagen. Ähm, der beste Mann in diesem Deck. Und dadurch, dass er Stufefeuer 1 ist, ergibt sich halt das, was viele wahrscheinlich jetzt nicht mögen, aber was ich, was einfach mega gut ist und zwar die Snake Eye Engine. Ähm, Schlangenauge, Esche unter anderem, kann ihn halt einfach suchen. Und das ist halt so unfassbar gut, ähm, weil wir in manchen Fällen ihn, wenn wir ihn hier specialen, Dekatron suchen, normeln können, dann haben wir direkt unsere Infernoid-Kombos. Aber, ähm, in den meisten Fällen gehen wir einfach mit ihm hier in Pappel. Pappel holt uns dann die Sinful Spoils und das bringt uns dann in unsere Infernoid-Engine komplett krass. Also wirklich alle Decks, die ein wichtiges Feuerstufe 1 Monster haben, für die ist diese Engine halt einfach so gut. Und wenn sie gehittet wird, kann ich aber direkt sagen, keine Sorge, es kommt, ähm, die Tage, vielleicht sogar schon morgen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es kommt die nächsten Tage auf jeden Fall ein Deck-Profile, was, finde ich, fast genauso stark ist und die Snake Eye Engine komplett gar nicht spielt. Deswegen, ähm, ja, das kommt auf jeden Fall auch noch, aber ich wollte euch diese Version trotzdem zeigen. Und wo wir gerade bei zeigen sind, äh, ich würde mich extrem freuen, wenn ihr ein bisschen Support zeigt, nicht nur dadurch, dass ihr hier zuguckt, sondern wenn ihr auch mal den Link zu Gehto-The-Games-Haus checkt, da bekommt ihr nämlich 5% Rabatt mit meinem Rabatt-Code und wenn ihr da was findet, freue ich mich sehr, er supportet mich ein bisschen und wäre auf jeden Fall eine richtig nice Nummer. Aber fühlt euch auf gar keinen Fall unter Druck gesetzt, ähm, ich freue mich einfach schon extrem, dass ihr überhaupt hier seid und mein Video guckt. Dann noch einmal, äh, Schlangenauge, ähm, Oak ist Eiche, ne, Snake Eye Oak, reicht auch völlig. Und einmal den Flammenbergendrachen, der wirklich, äh, der sieht halt einfach auch so geil aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Extrem geile Karte. Die Snake Eye Engine, so bin ich super happy mit. Ähm, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich die Snake Eye Diabellster noch spielen soll. Ich habe die momentan noch nicht, ich habe die bestellt. Damit werde ich auch noch rumprobieren mit der Field-Spell und so, aber momentan habe ich andere Search-Trigets auch noch für Pappel. Von daher, das gucken wir uns gleich noch an, aber so momentan sehr, sehr happy mit der Engine. Ja, und aus dem gleichen Grund, weil das die quasi zur Engine dazugehört, natürlich auch Diabellster, die schwarze Hexe. Sie kann uns auch entweder halt, äh, in die Schlangenaugen-Engine bringen, oder wenn wir das nicht brauchen, in manchen Fällen, zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, wir haben, ähm, sowieso schon Zugriff auf Dogmatiker-Engine und so, dann können wir mit ihr auch einfach, ähm, um auch nicht in Droll reinzuspielen oder so, sie einfach beschwören, äh, sinful-spoil-setten, äh, Infinoid-Dekatron aus dem Deck suchen, eine Monster-Negation machen und dann die nächste Engine starten. Das ist einfach so insane. Die Karte ist so gut. Und sie kann aber auch Going Second total gut sein, weil wir hier eine Karte spielen, die sie dann setten kann, die den Gegner unter Druck setzt. Und das ist auch richtig, richtig nice. So, und jetzt kommen wir zur letzten Engine, die wir hier noch spielen, aber es lohnt sich so sehr, ich kann es euch nur, immer nur wieder sagen. Ähm, die Dogmatiker-Engine. Die ist richtig geil in dem Deck, macht richtig Laune. Und, äh, ja, Maximus ist natürlich immer so eine Karte, wo man sagen muss, hm, wenn ihr gegen ein Deck spielt, was davon profitiert, dass extra Deck-Monster auf den Friedhof gelegt werden, ist das nicht so gut. Ähm, deswegen, das kommt immer ein bisschen dann auf die Meta an, aber momentan gibt es kein Deck, dem das richtig viel bringt, außer vielleicht Voiceless, aber die kriegen dann nur einen Surge. Ähm, der Schuss wäre an sich sogar egal, äh, weil wenn sein Effekt resolved ist, haben wir alles, was wir brauchen, dann ist es egal, ob er auf dem Feld liegt oder nicht. Ähm, ja, aber in den meisten Fällen ist das gar kein Problem und Fleur Delis ist einfach die Karte, die wir uns durch die Kombo suchen und dann haben wir noch eine Handtrap am Ende. Der ist aber zum Beispiel gar nicht, oder sie, das ist glaube ich nur sie, ähm, sie ist nicht unbedingt nötig, ähm, für die Engine. Für die Engine wichtig ist die Karte hier und die Karte, zu der wir gleich noch kommen. So, aber jetzt erstmal zu den Infinoid-Zauberkarten, und zwar Verschwinden der Leere, beste Karte im Deck, wenn man die sieht, freut man sich immer extrem, sucht uns alle anderen leeren Karten, ist einfach eine komplett geile Karte, genau wie die leeren Imagination, ähm, die in dem neuen Artwork unfassbar schick daherkommt, muss ich echt sagen. Ja, extrem gute Karte, die Fusionsbeschwörung, die wir vom Deck machen können, aber auch jetzt mittlerweile ist diese Karte so viel wichtiger, dass gerade in der puren Version merkt man das so krass. Wenn wir zwei Infinoid-Karten und sie ziehen, haben wir halt auch Vollkombo. Also zwei Infinoid-Monster, wenn eins mit einem, wenn es nicht in Stufe 1, sondern 2er ist, wenn wir die Karte und Infinoid-Monster, was ein bisschen höheres Level hat, und noch ein Infinoid-Monster ziehen, dann haben wir einfach Vollkombo. Und Vollkombo bedeutet dann halt, ähm, Infinoid-Flood, Princes im Grave und mindestens zwei Annullierungen, meistens sogar mehr. Ähm, das ist halt so stark, deswegen leere Imagination. Mittlerweile auch einfach going first, krass. Aber, das ist in diesem Deck ja auch sehr wichtig, diese Karte halt auch going second gut. Denn, wie ihr bis jetzt gemerkt habt, wir spielen hier keine Handtraps. Was einfach daran liegt, dass dieses Deck entweder mit Engine oder halt auch mit Non-Engine teilweise so krass durch Bord durchknallen kann. Ich meine, allein und nun Kunti Viati sind ja Bord-Wipes, also einfach als sie selbst, von daher mega krass. Dann spielen wir tatsächlich jetzt nur einen Bruch der Lehre und eine Neu-Inzündung der Lehre. Ähm, tatsächlich, da bin ich auch noch ein bisschen überlegen, aber momentan funktioniert es sehr gut, weil wir haben Neu-Inzündung der Lehre, ist richtig geil. Gerade auch für das Grind-Game, aber wir brauchen sie halt nicht, um in die Kombos zu kommen. In der puren Version zum Beispiel ist das ein bisschen anders. Da wollen wir die halt so oft wie möglich spielen, dass wir halt nicht so viel wegbricken. Aber hier spielen wir 60 Karten, das heißt, wir sehen die Infinoide mit einer deutlich kleineren Chance, die wir nicht sehen wollen so. und haben so viel mehr Combo-Starter und deswegen ist die Karte eher nice zum Suchen und kein Combo-Starter. Und bei Bruch der Lehre genauso, die ist auf 1 völlig ausreichend. Das ist so geil, wenn wir uns die einfach im Nachhinein suchen können für die nächsten Züge und so. Mega, mega stark. So, und dann natürlich, wenn wir die Snake Eyes Engine spielen, 3 Leuchtfeuer, ist einfach eine verdammt mächtige Karte. Ähm, ist halt auch One-Card-Kombo momentan. Wenn Droll wieder stärker wird, wird es ein bisschen kritischer, muss ich sagen. Da bin ich sehr gespannt, aber wir haben auch genug Wege, um drum zu spielen. Aber diese Karte ist einfach wirklich, wirklich gut, weil, ähm, Snake Eye Ash ist halt One-Card-Kombo in Full-Infernoid-Board. Ähm, oder auch Infernoid-Board. Ich sag, ich bin, ich bin selber immer hin- und hergerissen, aber Infernoid ist eigentlich so, wie ich es ausspreche. Ist auch egal. So, ähm, die Karte ist auf jeden Fall ein volles Infernoid-Board, von daher mega, mega nice und auf jeden Fall in der Snake Eye-Version ein Must-Play. Genau wie natürlich die sündhafte Beutesucherin, die wir hier auf 3 spielen, weil sie uns natürlich die Witch suchen kann. Ähm, und das Geilste ist halt auch in der Drawface, das heißt, da kriegt man Droll noch nicht ab und dann kriegen wir halt, ja, direkt sehr viele Sachen. Das ist halt einfach mega, mega nice. Und dann spielen wir einmal die erbsündhafte Beute Schlangenauge. Wirklich geile Karte. Ich bin gespannt, ob das vielleicht die Karte wird, die verboten wird oder so, damit, ähm, ja, Snake Eye halt eher ein pures Deck wird, weil das ist ja die Karte, die die Brücke ist, die erstens die Diabelster-Engine damit verknüpft. Also die Karte wird so hinten mehr halt heftig, dann hätte Snake Eye halt auch 6 Konsistenz-Karten weniger. Ähm, aber die Karte hier ist auch die, die halt die Brücke zu anderen Decks ist. Und das beste Beispiel ist gerade halt zum Beispiel hier halt Infernoid, weil nur durch diese Karte lohnt sich die Snake Eye's Engine. Würden wir, wobei, Esche kann auch so ganz cool sein, aber wenn wir diese Karte nicht hätten, dann, ähm, würde dieses Deck nicht mit so vielen anderen Sachen gesplasht werden. Von daher, ich bin mal sehr gespannt, aber momentan, die Karte einfach mega geil. So, und dann, äh, eine der anderen wichtigsten Karten, die ist auch ein One-Cart-Kombo-Starter, die uns 4 Interruptions bringt, Nadir, Dina. Ja, damit suchen wir uns Maximus, schicken Garura zum Beispiel auf den Grave oder Going Second, das ist halt auch so geil, einen Intis, um was beim Gegner zu schießen, also, die Karte baut direkt Druck auf und bringt uns halt durch Maximus direkt in die Kombo, was halt mega nice ist. Und das ist halt wirklich so geil, wenn die Snake Eye's Engine komplett unterbrochen wird durch irgendwas, keine Ahnung, sei es auch Nibiru oder so, dann haben wir, und wir die noch auf der Hand haben, sind wir so, okay, alles gut, alles gut, gar kein Problem, aktivieren wir die und haben trotzdem ein mega krasses Endboard. Von daher, Nadir, Dina, so gut in diesem Deck, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Genau wie diese beiden One-Hoffs, Instant Fusion und Einer für Einen. Das hier ist quasi Infernoid One-Kart-Kombo, wenn wir was zum Abwerfen haben, aber bei einer 5 oder 6 Karten, dann haben wir das halt immer. Und Einer für Einen ist halt auch entweder Full-Kombo, wenn wir in Esche gehen, oder damit können wir auch Kombos absichern, indem wir damit einen Decathlon rufen, Deviati vom Deck auf den Grave stecken und so, richtig geil. Das liebe ich so an diesem Deck, das Deck ist so variabel, was man machen kann, mit den ganzen verschiedenen Plays, wie man sich protecten kann und so. Es ist ultra, ultra gut. Nur Shifter, muss man ganz ehrlich sagen, ist halt echt ein Problem. Aber Shifter ist ein Problem für alle Decks, die ihren Frieden brauchen, auch für Chimera und für Branded, für Snake Eye und so. Von daher, und Snake Eye ist trotzdem das beste Deck, weil man halt trotzdem irgendwie was machen kann und das geht in diesem Deck hier trotzdem auch. So, das ist ein bisschen Non-Engine-Stoß der drei Taktiken, habe ich auch in meinem letzten Deck-Profil zu Infernoid schon gesagt. Die Karte ist einfach mega, weil sie Going First uns das leeren Festmahl setten kann und Going Second, ja, sucht sie uns halt alles, was wir wollen, um halt irgendwie Plays zu starten oder gegnerische Bots zu brechen. Und was bei Gute Karte. Genau wie der Verbotene Tropfen, ähnlich wie bei Stoß der drei Taktiken, einfach der Riesenvorteil, dass sie Going First und Going Second geil ist. Wir sehen sie gerne als Top-Deck, aber wir haben sie auch gerne auf der Starthand, so, von daher, mega, mega gute Karte. Ja, und jetzt noch als, ähm, ein paar One-Offs, ähm, kein dunkler Herrscher mehr. Das ist aber eine Karte, die in einem Deck, was nicht unbedingt OTK an muss, weil wir können halt ein komplettes Board brechen und dann immer noch viele Negations hinlegen. Schon eine gute Karte und, äh, ich probiere die gerade ein bisschen aus, aber momentan funktioniert sie sehr gut und halt super mit Thrust. Ähnlich ist es bei der hier. Ähm, die ist nicht hier drin, weil sie super mit Thrust ist, also, ist sie auch, aber hauptsächlich, falls wir Sinful Spalls schon gezogen haben und wir dann, ähm, die hier mit Pappel oder mit der Witch suchen wollen, um den Gegner unter Druck zu setzen, um eins seiner Monster halt zu outen. Und dann noch ein Talent der drei Taktiken, auch einmal eine geile Karte going first und going second. Ähm, ja, deswegen mega, mega nice. Ja, und dann haben wir gar nicht mehr so viele Manics, sondern nur noch zwei Fallen gehalten. Und zwar einmal ausgeglichener Zweikampf , ähm, und unsere, oh, da fällt mir das Deck entgegen. So, ähm, genau, ausgeglichener Zweikampf und das Lehrenfestmahl. Lehrenfestmahl ist, glaube ich, ähm, ja, selbsterklärend. Die suchen wir uns in der, wenn wir Zugriff auf Infernoid-Karten bekommen, eigentlich immer, weil die halt einfach zwei Negations und ein Diddy Crow for free quasi gibt. Das ist halt mega insane einfach. Ähm, und ausgeglichener Zweikampf ist einfach eine der wahrscheinlich besten going second Karten äh, momentan. Ähm, hat ja auch, glaube ich, der deutsche Meister äh, im Main Deck gespielt. Aber ist einfach eine krass gute Karte und da, da sie hier dann suchbar ist, ist halt richtig cool. Wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, aber bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden. So, jetzt kommen wir zum Extra Deck. Da spielen wir einen Tierra und einen Evil. Tatsächlich reicht das völlig, weil, ähm, wenn wir ihn einmal gemacht haben, haben wir meistens eh gewonnen. und er hier reicht uns going second auch einmal. Wenn ihr den Platz habt, in der puren Version, könnt ihr ihn auch häufiger spielen und ihn hier auch, aber im Test habe ich gemerkt, brauche ich nicht. Die sind beide auf 1 mega gut und mega fein, von daher richtig, richtig nice. Dann haben wir hier noch für die, ähm, Dogmatiker Engine, den Titanic-Lud, Garura und Nthys. Nthys für going second, um Sachen zu schießen, Garura für going first, um noch eine Karte zu ziehen und dadurch ist es wirklich One-Card-Kombo, das heißt, selbst wenn wir in einem ganz weirden Game-State, ähm, Nadirs Servant einfach nur topdecken, dadurch, dass wir ihn mit Extra Deck haben, ist das dann ein One-Card-Kombo und Titanic-Lud ist einfach die Karte, die wir in der normalen, ähm, Nadirs-Diener-Kombo auf den Grave senden, auch noch mit Maximus, damit wir in der Endphase Fleur-de-Li suchen können und noch eine weitere Interruption haben. Ja, dann bei den Link-Monsern spielen wir Infinite Flood und als weiteres Link-Monsern noch das amphibische Schwarm-Schiff Amblo-Wahl. Ich habe in meinem letzten Deck-Profile gesagt, dass sie die nicht braucht, das stimmt auch, aber das geht nur für die pure Version. In der nicht-puren Version haben wir nicht immer, also wenn wir nicht irgendwie blöd gehandtrappt werden, kommen wir manchmal nicht auf unsere Infinoid-Karte und Echi Braucher hat einen Infinoid-Monster, das heißt, wir wollen halt nicht in der Princess gelockt sein und deswegen haben wir ihn, um da rauszukommen, um dann gegebenenfalls noch Sachen wie IP Mascarina und so zu machen. Ähm, deswegen ist der schon auch wichtig, aber generell, ähm, ja, braucht ihr an sich nur den, aber ich finde den schon auch wichtig und der kommt halt auch teilweise echt gut. Na, gerade schon über sie gesprochen, natürlich spielen wir die Prinzessin, sie ist einfach so gut in jedem Feuerdeck, ähm, Crusady Aquamix spielen wir auch, der ist auch für UTKs, weil der ist halt einfach mega geil in Infinoid und sie hier, ja, wenn wir halt normal in unsere Combo kommen, dann ist sie einfach eine weitere Interruption, gibt uns einen weiteren Body, was uns hilft, leichter hochzulinken und so, einfach unfassbar gut diese Karte. Ähm, auch einfach generisch mega stark, äh, ist zum Beispiel Heater, äh, für dieses Deck auch der Proxy F Magician, ähm, und Schmierfink aus der Unterwelt. Heater, einfach wichtig, falls wir gehandtrapped werden, der Gegner vielleicht eine Ash im Grave hat oder so, oder in Mirror Magist, die ist natürlich insane, aber gerade in so Situationen, wo man dann halt weiter hochlinken will, ist sie halt super, wenn man eine Handtrap abbekommen hat, um dann noch in die Prinzess zu kommen und zumindest halt, äh, dadurch eine Interruption zu haben. Proxy F Magierin, äh, ist richtig stark, weil wir sie in der normalen Kombo halt machen, um halt in unseren Infinoid Evil zu kommen. Da kommen wir in den Kommos noch zu, aber sie ist halt mega gut. Und Schmierfink aus der Unterwelt ist einfach mega stark, weil sie in manchen Fällen und so einfach einen weiteren Body bringen kann, was halt wichtig ist und so deswegen auch eine sehr, sehr gute Karte. So, und jetzt die letzten Karten im Exodec, da haben wir einmal IP Mascarina, unsere aufgegebene Seele und SP Little Knight. Ja, ähm, diese Karten sind allesamt extrem gut, über Mascarina und kleine Ritterin muss man glaube ich nicht so viel sagen, sind auch beides insane Karten, gerade durch die Snake Eyes Line, dass wir halt sie haben und damit ihr in sie reingehen könnt und so, ist halt super stark. Und die aufgegebene Seele ist einfach richtig geil, weil wir wie die Stufe 1 Monster spielen, der kann auch helfen, um halt Kombos zu extenden, dadurch, dass wir Pappel zum Beispiel weglinken, Pappe kommt zurück, dann haben wir halt ein Body mehr und so, den wir dann weglegen können für Sinful Spoils. Richtig stark und aber auch wenn ein Decathlon zum Beispiel mal genormelt wird, der wird annodiert, können wir immer noch ihn machen und wenn der Gegner mit dem Zoning nicht aufgepasst hat, ihm ein Monster klauen. Ja, alles sehr, sehr nice und ich muss wirklich sagen, ähm, mit dieser Liste, ich habe sie sehr viel getestet und ich bin sehr confident damit, dass das momentan wirklich einfach eine unfassbar gute Liste ist, die ihr spielen könnt, um anderen Leuten so richtig einzuheizen. Yo Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Kleines Fazit noch an dieser Stelle von mir. Ich muss wirklich sagen, dass diese Version momentan meiner Meinung nach wirklich die beste ist. Ähm, wir haben so viele One-Cut-Starter, die uns auch in unsere Infinoid-Kombos reinbringen. Wenn wir keinen Zugriff auf die Infinoid-Sachen haben, können wir andere Sachen machen. Wir haben verschiedene Engines, das heißt, wenn die Snaker-Engine aufgehalten wird, dann haben wir immer noch das Potenzial für die Dogmatica-Engine oder die Infinoid-Engine. Ähm, und das ist halt so geil, dass wir so viele Wege haben, Sachen zu machen und deswegen bin ich momentan super, super glücklich mit dieser Variante des Decks. Sie ist einfach unfassbar stark. Ähm, und das werdet ihr natürlich alles noch in den Kombos sehen, wenn wir wirklich darauf eingehen, wie spielt man was, was ist warum gut und so. Und ja, das ist halt einfach mega, mega nice. Aber Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich extrem über Like, Kommentar und Abo freuen. Checkt auch gerne den Link zu Gate2TheGames in meiner Beschreibung aus, drückt die Glocke, folgt mir auf Instagram und den ganzen Bums und ich hoffe, wir sehen uns auch in meinem nächsten Video, wo es auch wieder um Infinoid gehen wird. Euer Francis Gaming. So stupid.